Musik 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 Schmeiß mal das Bier rüber. Hier. Wo sind die Chips? Oh Gott, die war verkehrt. Nee, die stehen drinnen auf dem Tisch. Alter! Ich kann nicht ausprobieren, Alter. Okay, hier ist ein Leilen. Kommt wieder her. Komm mal wieder mal. Nach langer Zeit bei Freitaker 13. Ich hätte lange nicht gespielt, Leute. Sie sind verzeiht, falls ich mal in einer Blödsinn macht. Ähm, ach so, genau. So, Jockey. Müssen wir vorbei kartieren, Leute. Und, ganz wichtig. Äh, das Funkgerät benutzen. Wo ist es denn? Ah ja, übrigens sind mit dabei Items aus Kindern. Nancy ist wieder mal dabei. Freezy, Dalomaro kommt an. Und Alex. Ich hab ja hier die Antenne gehabt. Also wo ist jetzt das ganze Funkgerät? Da ist es. Okay. Ist jemand da? Das ist nicht ein Prank. Wir brauchen deine Hilfe. Jason ist töten uns. Wir brauchen deine Hilfe. Jason ist alive. Bitte helft uns. Und wie ihr seht, ich hab ein Halloween Pack gekauft. Das gab's mal. Und äh, dementsprechend hab ich einen Halloween Skin für meinen Charakter. Wir brauchen eine gescheite Wacht. Oder irgendwas brauchbares. Ah, walkie-talkie. Walkie-talkie Test. 1, 2, 1, 2. Okay. Keiner da. Wo bin ich? Bin wahrscheinlich hier oben ganz alleine. Ich hab hier ein Auto. Ne. Das bin ich nicht. Ah, ich bin hier unten. Ah. Ganz unten alleine. Ah shit. Okay. Tracker oder Ding werden noch cool. Ah, ne. Warte. Oder warte. Nehmen den Schuh. Ja, dank mir. Bist du dir so ein kleißenes Katz in der Nähe? Die Lustigste zum Durchdrainen anfangen? Normal nicht. Na komm. Wir gehen mal ins nächste Haus. Ich meine, die Rellen in der Mitte, das könnte heißen, dass er dort ist. Ich verbarrikade hier, einfach mach hier schon mal die Häuser ab. Aber die Musik wird zur Kehre. Das ist noch mal nie ein gutes Zeichen, wenn die Musik zur Kehre wird. So, wir machen schon mal eine weise Voraussicht für die Leute. Hier beim Benzin, hier beim Be-be-easy. Hier ist ein Rohr. Ah. Was wurde denn bis jetzt alles schon gemacht? Nichts. Nice. Oh. Hier ist ein Batteriezeichen. Und da oben im Autohaus ist jemand. Mal schauen, wer da oben ist. Hi Toto. Oh, Maro schreckt mich nicht so. Maro, da drinnen ist Benzin. Okay. Willst du das mitnehmen? Ich hab die Leuchtpistole. Ja, eben basic. Als guter Auto ist eher auf der anderen Seite der Map. Also, da kann man auch erstmal hier merken, dass hier in der Ecke ist. Ja, ich hab auch Autoschlüssel. Ah, aber leuchtest du, ne? Ja, sonst beschützt du mich, dann nimm ihr's Benzin mit. Ich hab aber keine Lasagne dabei. Man kann den Kinder nur mit der Lasagne ablecken. Ah, verdammt. Oh, ein Tape. Hallo. Hallo, Kondran. Hi. Wer wird charakterisch bist du dort? Hast du Platz, Kondran? Ich hab keine, irgendeine Frau, die ich immer spiele. Ah, wir halten hier Benzin. Hi. Ja, Benzin haben wir schon mal irgendwo. Die waren schon auf dem Weg zum Viersitzer. Ihr habt ihr Benzin schon dabeigekommen, dass wir hier lassen? Ja, die hatten auf jeden Fall schon Benzin. Auf der anderen Seite. Ja, merken wir uns selbst. Ja, aber wenn sie sich auf dem Merk schaut... Nein, Autobatterie. Hallo. Wenn sie sich auf dem Merk schaut... Ich hab leuchtest, würde ich gerne behalten. Ich hab leuchtest, würde ich gerne behalten. Alex, hast du ein Ding? Hey, die haben... Wo ist denn der Viersitzer, Alex? Oh, das ist ja sogar markiert. Ja, im Norden. Okay. Ah, Leute, die haben das Benzin in den Zweisitzer gefüllt. Nur so Just Rame Phone ganz im Norden ist der Viersitzer. Ja, warum hast denn du den Zweisitzer gefüllt, Tauro? Ich habe ihn nicht gefüllt. Wir haben Benzin hier beim Viersitzer und dort gehen wir jetzt hin. So, ich habe die Fuse fürs Telefon. Wo ist das Telefon? Da vorne? Da vorne. Übrigens, ihr habt Tommy Chavez gerufen. Da brauche ich auch erst hinlaufen in die Richtung. Ich gehe schon mal rein. Die Richtung müssen wir. Maro. Ja, ich dachte, wir können da hinten noch was suchen. Aber wenn du den schon gerufen hast, brauche ich nicht gucken. Richtig. Ich habe auch den Autoschlüssel. Leute. Ich habe nur auf Benzin. Nancy, komm doch mal, Nancy. Nancy. I'm on the way. Nancy hat eigentlich Benzin. Die Polizei kommt doppelt so schnell als sonst. Naja, der hat wahrscheinlich Benzin in zwei Sitz gefüllt. Ja. Hab ich. Er ist aber in der Nähe, Nancy. Pass auf. Ja, drei Minuten. Ich weiß, er hat mich schon. Fußball? Nee. Er hat mich schon verletzt. Das Problem ist, jetzt hat einer uns halt Stress. Jetzt will er uns anfangen zu töten. Hallo, hallo. Einen will über Fußball reden. Das ist ja irgendwo in der Ecke. Halt gut stehen, Nancy. Bitteschön. Da sprust er dir einfach ins Gesicht. Haben wir schon alles hier oben? Das Problem ist, entweder brauchen wir jetzt noch einen neuen Benzinkanister. Den haben wir dabei. Den haben wir dabei. Den haben wir dabei. Sehr gut. Hier. Da ist mich Löw. Rent. Es ist eine wilde Katze. Mein Gott, ich habe den Lassai hier vergessen. Das war überhaupt nicht nett. Ich wollte nur wissen, wo meine Lassai hier ist. Ja, dann bist du selber weg. Selbst schuld, Maro. Au. Es kommt ran. Was ist los? Wo bist du? Hier wollen wir uns alle töten. Oh, klar. Nur für einen Euro. Alex, du musst auf die Fahrerseite. Ich weiß. Jeder, der sich meinem Platz nähert, wird erschossen. Das Problem ist, da muss noch einer her. Wieso? Du hast doch den Schlüssel an dich. Wir sind nur drei. Ja gut. Erstmal einsteigen, Alex. Und jetzt macht das Auto an. Wieder rein. Nein. Das los ist doch. Die hauen unter mich ab. Endlich erst weg. Schnell. Wie komme ich hier raus? Mit E durch Fenster. Die hauen ab. Es ist ganz schön dunkel hier. Items, die hauen ab. Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nimm Nancy mit. Nancy, komm erst zum Auto. Nancy, steig ein. Komm. Maro, du auch. Komm. Komm zum Auto. Du hast meinen. Doch, nimm meinen. Ich kümmere mich um den. Die brauchen Beschützer, Leute. Nee. Jeder für sich. Ja, ich habe Autobatterie und Autoschlüssel. Irgendeiner muss mir sagen von euch, wo lang ich muss. Vielen Dank für deine Helden. Ciao. Wo lang muss ich? Wo lang muss ich? Nach links, nach links, nach links. Tauter, ich habe noch eine Knarre. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ah! Okay. Wir haben meine Lasagne. Ich habe keine Lasagne. Hören Sie auch zu der Halloween-Party? Ja, ich gehöre auch zu der Halloween-Party. Haben Sie meine Lasagne gesiehen? Ja, ich glaube, die liegt da hinten. Ah! Sie müssen mir auch eine Richtung sagen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich soll nicht mit Leuten mit Maske reden. Und dann ist alles okay. Das ist wirklich unhültig. Auf jeden Fall von Ihnen. Auf jeden Fall von Ihnen sehr unhöflich. Ist das nicht nett? Hau doch, wir machen das. Im Haus ist eine Flairgun. Oh ja. Das ist jetzt hier in der Nähe. Los, los, los. Er hat sich weggeportet. Einbauen. Ich bin eine Frau. Ich kann nicht mit Auto-Mechanik umgehen. Ich bin schon unterwegs. Oh, oh, oh. Freezy, komm mal her. Nimm du mal das Gewehr hier. Hattest du Achtung, das ist eine Bärenfalle genau vor dir. Oh, lol. I'm Freezy. Steig du hinten ein. Tschüss Freezy. Das war dasselbe Spiel, ey. Oh, oh, oh. Fahr zum Polizeiausgang. Also gleich rechts. Fahr nicht links. Fahr rechts. Freezy, hörst du mich? Komm zu rechts zum Polizeiausgang. Genau. Lass mich vor der Brücke nochmal raus. Fahr mal. Gib Gas. Freezy, da, du wartet bei dir vor der Brücke. Okay, jetzt lass mich raus. Freezy, komm her. Ich komm. Er müsste gleich wieder porten. So, schönen Kommen. Sorry, dass ich jetzt nur ein wenig Geld habe. Aber jetzt habe ich mich zum Schluss noch konzentriert. Ja, ich fahre nur weiter. Rollen sie noch Katze? Nee, der kann noch schießen auf Notfalls. Ja, geschafft. Ja, geschafft. Warmes Katze. Warum... Ich will... Warum sehe ich ihn zwischen die Beine? Ich wollte gerade sagen, er trägt keine Lasagne für Katze. Ich wollte doch seinen Sack gar nicht sehen. Ja, stand bitte bei. Wo ist die Kamera? Mein sweet, sweet Jason. Mommy is proud of you. War noch eine erfolgreiche rum? Na, das ist einfach einmal wie sie töten getroffen hat. Schaut's bei den anderen vorbei und wir sehen uns. Wär so was hässlich. Bis dahin. Dann... Tschauuuu.